Im Louvre, der auf längere Zeit wegen Umhängung der Bilder geschlossen war, sind neue Säle eröffnet. Ich gehe wieder trunken durch all diese Herrlichkeit. Ich bin sehr froh zu bemerken, dass mich dieses halbe Jahr im Verständnis der alten Meister ein gut Stück weitergebracht hat. Daran messe ich meinen innerlichen Fortschritt. Der Bildhauer Rodin hat eine Sonderausstellung eröffnet. Das große, ernste Lebenswerk eines 60-Jährigen. Er hat das Leben und den Geist des Lebens mit enormer Kraft gebannt. Für mich ist er nur mit Michelangelo vergleichbar. Und doch steht er mir in einigen Sachen näher. Dass es solche Menschen auf Erden gibt, das macht es wert zu leben und zu streben. Donnerstagabend, Tanz bei Bülje. Kennst du dieses große Tanzlokal des Quartier Latin, lieber Vater? Ein buntes Bild, unglaublich viel zu sehen. Studenten und Künstler, hübsch und lustig in ihren gelungenen Sammetanzügen und Schlapphüten. Mit ihren kleinen Mädchen, von denen einige Radfahrhosen anhaben, andere Seidenroben und andere Sommerblusen. Es sind meistens Couturière und Blanchisseuse. Und dann gibt es eine eitle Kinderfröhlichkeit. Und um einhalb Uhr wird das Gas ausgemacht und die Leute gehen nach Hause. Weit in den Morgen hinein erstreckt sich das Kaffeeleben hier überhaupt nicht. Um zwei Uhr ist meist alles geschlossen. Und Montag kommen die Wobbs weder. Das ist die Hauptriesenfreude. Überhaupt. Dort ist allzeit mein Sinn. Ich kann euch sagen, manchmal dürste ich nach Heimat. Paris. Freitag Ihr Lieben, ganz plötzlich ist Frau Modersohn gestorben. Der arme Mann ist mit den anderen nach Hause gereist. Nachdem er sie Jahre hindurch voll rührendster Selbstaufopferung gepflegt hatte, war der Himmel so grausam, sie ihm in seine Abwesenheit zu nehmen. Bis jetzt verstand er es noch nicht. Er sah alles, was sich um ihn her ereignete, gab Anordnungen. Doch die furchtbare Wahrheit kann er nicht fassen. Ich komme so bald als möglich nach Hause. Wahrscheinlich bin ich Sonntag schon bei euch. Dies ist ein sehr trauriger Schluss meiner Pariser. Und auch meine nächste Wobbs weder Zeit wird schwer und traurig sein. Ich habe in diesen Tagen so viel von Modersohn gehabt. Auf Wiedersehen. Eure Paula Briefe an Otto Modersohn Paris, den 17. Januar 1900 In den hilflosesten Momenten, die ich hier in Paris verbracht habe, ließ ich meine Gedanken immer wieder nach Wobbswede wandeln. Das ist immer ein wundervolles Mittel. Denn dann legt sich das Chaos und es kommt eine sanfte Stille über mich. Ja, Paris ist wundervoll. Aber man braucht Nerven, Nerven und nochmals Nerven. Starke, frische, aufnahmefähige. Bin ich zu langsam und ungeschickt im Verarbeiten der einzelnen Eindrücke? Ich weiß es selbst noch nicht. Dennoch bleibe ich noch lange über den Frühling hinaus, denn man lernt hier auf Schritt und Tritt. Das Louvre, jedes Mal, wenn ich dort bin, fließt es wie reicher Segen auf mich nieder. Ich komme Tizian im Verständnis näher und lerne ihn lieben. Und dann eine süße Botticelli-Madonna mit roten Rosen hinter sich auf grünblauem Himmel stehend. Und Fiesole mit rührenden, kleinen, biblischen Geschichten. So einfach erzählt. Manchmal wundervoll in der Farbe. Ich fühle mich so wohl in dieser Gesellschaft von Heiligen. Von mir je sieht man fabelhafte Sachen in den Kunstläden. Ein Mann auf dem Felde, der sich die Jacke anzieht gegen helle Abendluft. Das war für mich das Schönste. Und die Lüfte, wenn man über die Seenbrücke geht. Da flimmert es durcheinander von feinen, grauen, gelben und silbernen Tönen. Die hüllen das Geäst der Bäume ein. Die schönen Bauten stehen wundervoll tief dagegen. Einmal war ich in Jeanville. Dort fließt die Marne. Es war ein trüber Tag. Die Luft, grau-gelb. Das Wasser, grau-gelber. Trübe Wiesen und lange, kahle Pappeln. Das hatte einen eigenartigen Reiz. Ich gehe vormittags in eine Akademie Colarossi. Dort habe ich Korrekturen von Courtois. Der ist fein für die Valeur. Collin, der Anfang der Woche korrigiert, ist mehr für die Richtigkeit. Maler gibt es hier wie Sand am Meer. Darunter die originellsten Erscheinungen. Wenn man guter Laune ist, amüsiert man sich über alles. Nur wenn man schwach ist, kommen die Kater überein. Man sieht furchtbar viel Elend hier. Viel Korruptes und Degeneriertes. Ich glaube, wir Deutschen sind doch bessere Menschen. Paris, den 29. Februar 1900. Jetzt, wo man das Nahen des Frühlings in sich und um sich hat, da denke ich manchmal, in wie viel reinerer Gestalt es ihm vergönnt ist, in Wobbswede seinen Einzug zu halten als hier. Auch hier spürt man ihn ja auf Schritt und Tritt. Aber in diesem Riesenorchester spielen tausend Geigen. Man kann den Klang der Einzelnen nicht erfassen. Übrigens bin ich von Feilchendüften umgeben, die vielen künstlichen gar nicht mitgerechnet. Von neuesten Bildern sieht man wenig. Die bleiben zum Salon und zur Ausstellung. Sehr interessierten mich ein paar farbige, figürliche Studien von Bonat. Tief und einfach im Ton und kolossal zusammengehalten. Von Degas möchte man einmal etwas anderes sehen als Ballettösen und Absinth-Kneipen. Mir scheint auch, dass er das Naive in der Linie zu sehr sucht und dadurch maneriert wirkt. Aber er hat eben auch dies technisch-künstlerische. In mehreren Salons à la Schulte, wo man über die Schleppen des eleganten Paris stolpert, gibt es viel Süßes, Schlechtes und Seichtes. Ich denke eben immer noch, dass irgendwo Schätze begraben sind. In der kleinen Rue de la Grande Chumière hat der Colarossi seine Akademie heute eröffnet. Kleine, rumpelige, schmutzige, komische Baracken, denen es aber an Poeste nicht fehlt. Colarossi ist neben Julien die beste Akademie. Er selber ist früher Modell gewesen, spielt aber jetzt den Grand Senior und lässt beim ersten Schneider arbeiten. Er protegiert die Künste, die Professoren und die Eleven und hat meist montags ein Gesicht, als ob er sonntags was ausgegessen hätte. In diesen heiligen Hallen zeichne ich Akt. Morgens mit den Weiblein, abends mit den Männlein. Unter den Weiblein morgens gibt es viel raue Haare und ungeputzte Stiefel, einige kluge Köpfe und wenig Talent. Sie arbeiten wie das Herdenvieh, ohne Ahnung, worauf es ankommt. Nachmittags schaue ich mir die Welt an oder arbeite hier in meinem grünen kleinen Atelier. Abends um sieben Uhr bei den Männlein. Bei den Männlein geht's noch komischer zu. Gibt es da wunderliche Gestalten? Eigentlich vernünftig wie bei uns zu Hause sieht kein einziger aus. Sammetanzüge, lange Haare, Hemdärmel, Handtücher als Schlipse und andere Eigenheiten haben diese Brüder in Apoll aufzuweisen. Galavorstellung, Bombardement mit Brotrinden, Hahngeschrei, Katzenkonzert und allgemeine liebevolle Prügelei. Viele Yankees, viel Spanier, Engländer, einige Franzosen und Deutsche. Die Unterhaltungen sind oft eigenartig. Der Punkt, um den sich alles dreht, ist L. Wenn einer bei der Arbeit seufzt, heißt es gleich Est-elle gentille? Im Ganzen wird hier aber besser gearbeitet. Zwar mit wenig Auffassung, aber richtiger als bei den Fräuleins. Es steckt mehr Gesundheit und Kraft dahinter. Und was bei den Männern rowdy-mäßig wirkt, ist bei den Mädchen gleich unschön. Wir haben es, glaube ich, doch schwerer. Aber trotz alledem ist das Leben schön und ich fühle das, komme mit meiner Kunst weiter und bin froh. Ich bleibe hier so lange, wie ich kann und dann kann ich vielleicht ein wenig und komme wieder nach Wobbswede. Des Sonntags machen Clara Westhoff und ich kleine Spritztouren aufs Land. Da ist es sehr fein. Hügelig, lange dürre Pappeln am Wasser, weiches, töniges Gras, das heißt bei bedecktem Himmel. Bei Sonne ist mir die Erde viel zu hell. Ich möchte dann alle Farben tiefer haben, satter und werde ganz ärgerlich bei dieser Helligkeit. Ich war gestern und heute in der Ausstellung. Diese Tage bilden einfach eine Epoche in meinem Leben. Alle Nationen sind wundervoll vertreten, aber das Schönste für mich sind die Franzosen. Der Côté sagte mir, unser Volk ist eines der Dekadenz, aber einige Naturen leben innerhalb dieser Dekadenz unabhängig davon. Und das gestaltet ihre Kunst zu einer völlig eigenen. Und er hat Recht, wir kleben in Deutschland zu sehr an der Vergangenheit. Unsere ganze deutsche Kunst steckt zu sehr im Konventionellen. Otto Modersohn, das ist einer, der sich durch den Berg der Konvention hindurchgearbeitet hat. Die anderen verstehe ich vielleicht nicht und gebe mir keine Mühe. Denn ein Menschlein, das so im Wachstum begriffen ist, wie ich im Augenblick, das muss zuerst an seine eigenen Arme und Beine denken. Ich habe ziemlich schwere Wochen hinter mir. Ich habe mich so gequält, da war es mir gestern in dieser Ausstellung wie eine Erlösung. Ich glaube wieder an die Kunst, in ihrer ganzen Größe. Und auch, dass mein Feuerlein einst ein wenig Wärme geben wird. Auf der Akademie malt man fast ohne Farbe. Das A und das O sind die Valor. Das andere ist alles Nebensache. Jetzt merke ich, wie viel ich da noch lernen muss. Ich dachte, die Valor wären meine gute Seite, aber ich bin furchtbar ausgescholten worden. Zwei Wochen lang wird an einem halb lebensgroßen Akt gemalt. Das heißt Licht und Schatten in den rechten Valor hineingesetzt. Malen darf man das eigentlich nicht nennen, aber das Formgefühl wird dabei verfeinert. Überhaupt halte ich mehr von einem freien Menschen, der die Konvention bewusst von sich tut. Ich meine, er muss sie besessen haben und sich in Selbstzucht und Maß geübt haben. Dann kann er sich von ihr abwenden. Redet einer von Konvention, der sie nie besessen hat, da denke ich leicht, Fuchs, die Trauben hängen dir zu hoch. Mit dem sogenannten Ausleben ist es doch eine wackelige Sache. Doch weiter von der Ausstellung, wenn auch nur in Splittern. Denn in mir purzelt noch alles durcheinander, wie im Kaleidoskop, durch das wir als Kinder schauten. Coutet hat ein Triptychon ausgestellt, vom Luxemburg angekauft. Au Pais de la Mer. In der Mitte, beim Schein einer hängenden Lampe, Frauen und Kinder beim Abendbrot, mit traurig wartenden Gesichtern. Durch die Fenster schimmert blau das Abendmeer. Links ein Stück Boot mit Schiffern auf stürmenden Wellen. Rechts der abendliche Strand mit harrenden Frauen und Kindern. Diese Tiefe der Farbe. Dabei ornamentale Größe, gepaart mit zarter, seelischer Auffassung. Ein anderer Coutet, ein Schimmel auf einer Abendwiese. Ein dritter, drei schwarze Frauen am Strande. Der Coutet selbst ist ein feiner Kerl. Rothaarig, rotbärtig, voller Leben. Der Lucien Simon hat mir auch imponiert. Der hat ein eigenartig naives, gesundes Formgefühl und Velasquet-Töne in seinem Weiß und Schwarz. In dem Bilde Männer am Meere von Jean-Pierre ist eine kleine Ecke, die drückt das aus, worauf ich strebe. Eine tiefe, farbige Leuchtkraft in der Dämmerung. Farbiges Leuchten im Schatten. Leuchten ohne Sonne, wie im Herbst und Frühling in Wobbswede. Blauer Himmel, große, weiße Wolken dran und keine Sonne. Wie sehr ich mich auf die Heimat freue, das, was für mich das Schönste ist. Das Tiefe, das Satte in der Farbe sehe ich hier nicht. Es ist ein helles, heiteres, graziöses Land. Innerlich sehr nah treten mir die nordischen Völker. Nicht so sehr durch die Art des Ausdrucks, als durch den Geist, aus welchem sie schaffen. Finnland zeigt höchst originelle Formauffassung. Zwar stört mich jetzt ein wenig der Mangel an Konstruktion all dieser nordischen Menschen. Stört ist nicht der rechte Ausdruck, aber ich sehe ihn, während ich ihn früher nicht sah. Das ist ein Pariser Fortschritt, denn Konstruktion ist hier Schlagwort. Sigantini ist vertreten mit großen, ernsten Bildern. Ein wenig hart, aber aus tiefer Seele geschaffen. Ach, was ist man glücklich, dies alles schauen zu dürfen. Das Leben ist überall voll und schön und ich fühle es wundervoll vor mir liegen. Da will ich mich gerne schinden und plagen, wenn dann von Zeit zu Zeit meine Seele ein Abendlied singen kann. Mein Korbstuhl streikt. Er will diese sündige Hülle nicht länger tragen. Ich sitze nächstens auf der Erde. Überhaupt, was den Komfort des Lebens betrifft, kann ich manch fröhlich Liedlein singen, das lieblicher in der Vergangenheit als in der Gegenwart zu singen ist. Eine kleine Amsel habe ich auch, die zwitschert vor meinem Fenster und ein Gewitter hatte ich auch nach Sonnenschwüle und nun herrscht wieder Frühlingsregenduft. Auf dem Montmartre sind wir neulich gewesen. Da liegt die Kirche ernst über der großen Stadt und mahnt zu Buße in wundervollen Glockentönen. Und kleine deutsche Maler haben wir auch, mit denen wir tanzen und rudern und deutsche Volkslieder singen. Und eine ungarische Musikkapelle gibt es mit Walzern. Spottet aller Beschreibung. Sie spielen sogar unseren Worpsweder Dreifuß und Komkaliniken. Zweimal haben wir hier schon nächtlicherweise auf dem Asphaltpflaster getanzt. Die Leute hier tanzen los, wenn es ihnen Spaß macht. Die warten nicht wie bei uns in Worpswede bis zum nächsten Schützenfest. Schützenfest Schützenfest Schützenfest